Sag einmal, was stinkt denn da so? Riechst du nix? Nein. Doch, da stinkt was. Du hast, riech einmal. Das riecht nicht gut. Sagen Sie einmal, riechen Sie nix? Doch, das stinkt irgendwie. Ja, das stinkt. Du, das ist wie... Das riecht, äh... Das ist, äh... Tatü, Tatü! Tatü, Tatü! Sagen Sie einmal, fährt das Kind innen. Schauen wir rum. Ach, da schauen Sie einmal. Schauen Sie doch einmal. Nein, das ist aber eine Sauerei. Ja, Heinz Rüdiger, wo heißt denn die Schweinerei her? Heinz Rüdiger, nicht anlangen, nicht anlangen. Du, das ist leicht, du gibst dir kein Stern davon. Allerhand. Heinz Rüdiger, der ist doch total verseucht. Heinz Rüdiger. Vielen Dank.